wollen wir das eigentlich einfach bis 60 machen das müsste noch elite sein das sind vier sterne nur wollt man das spiel eigentlich bis 60 machen bis 60 bis 60 wie bis wir beide 60 sind wie alt und tattrich und so weiter ja ja ne ne level 60 also level 60 ja schauen wir willst du wirklich bis 65 rammeln? immer hey quests da oben haha hey ich bin im auge was gibt's denn hier? drop mir drop mir drop mir drop mir erledige brigade general javan und soll ich jetzt schon mit dem flattern? also ne ins etwas man ey damals hat man es alleine mit mühe und note her geschafft damals vor paar jahren jetzt kann man ja hin spazieren alter jetzt muss ich wieder dahin wo du bist und das zu fuß oh nein ja war nimmauuuu flash hat's gemacht die 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 hoch naja egal 46 würde ich auch umkloppen hier ah was willst du denn jetzt von mir sterb sterb nimm das und dies und linke und rechte und nochmal den da und den und den und den und den reis du damals musste man sich hier durchpacken um hier reinzukommen es tor war glaube ich es Priest da muss man hier um die ecke zurück untern terminals und dann sehe ich nicht dann muss man hier vorsichtig um die ecke laufen oder sind tatsächlich noch elite was nix passiert ich laufe aber woanders lang wo keine litte sind außen auch alles elite dahinten tatsächlich aber der ganze weg bis dahin ist man ihr seid so langweilig die 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 so gut mir in höhle ane verlasse dich wo kam ich denn jetzt wusste nur ab 8 da oben ist die spitze ich versuche es du willst wieder zu gwendoline ja muss schauen ob ich da wie hoch wieder kommen doch irgendwie müsste da hinten links wieder hochkommen woher leute im mount wenn das 44er zauberer und kloppen sie die lite so kann man eigentlich mit in Prozent er hätte ich morgen als er tatsächlich dann muss man wahrscheinlich absteigen ne 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 Quray ne Ich nehme mir noch mal einen Schluck aus der Pulle. So. Haha du hast geendet. Oh, das ist ein bisschen. Hucha. Es hat Bingen gemacht. Hey, Aufnahme-Sprengung, Zeon, super LP, macht weiter so und bloß nie ohne Fire aufnehmen. So, das war es dann mal wieder im Text. Zerstört die, äh, Observationswächter in der Nähe des Observat- Wächter. Es soll hier irgendwo sein. Was? Ja, die hier. Observationsstandard, die hier. Halt. Was willst du zerstören? Ach so, das kann sein. Ja. Ding, 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 ding. Du da bist. Weißt du, ich haut ineinander schon. Wir mussten machen. Drei Stück, ne? Ach, das nenne ich ein Beef. Oh, wo soll ich jetzt hin? Äh, reparier das Ätherfeld. Ja, wo ist denn das? Hier drin. Der Stein auf dem Boden. Ja, du kannst bei viel erzählen. Ist aber so. Hahahaha. 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 Hormitt 와 ich? Hormitt. Hormitt zu mir und er hat mich was erzählt. Hormitt. Pogge der W solving bragsch. Es reicht also nicht. Hallo wichtig! Tuch. Hormitt das nat Diaan kannst du vue chap było! Was ist denn hier? Ich kann dir nicht ändern. Was? Naja. Was naja's du? Warte mal, bleibt mal stehen. So, jetzt habe ich die letzte Quest. Ja. Ähm. Anstrom. Was? die die ja also wenn ich ja ja bekam er legion bekam er hölf oder gibt es mit dem füßen der wir ab von mich bildungskrise gibt 20 millionen wäre für mich dann auch mal das level ab aber da müssen wir rein in draubnir wenn totogo was bento jetzt melden was gruppe wir brauchen wir nun hier oder bekam er am arf war so kam er das bei jeder gibt mir kommen so jetzt ich muss runter ich muss da hinten erstmal in richtung rauchreif wieder weil da muss ich erstmal die quest annehmen die kampagne was hier meine kampagne ja ich muss da unten annehmen immer hier vielleicht habe ich ja schon was angenommen gehabt aber eigentlich ist wahrscheinlich was befürchtet dass das machen muss was ich jetzt mal eine rita musste ich quatschen ich sehe eine rita oben also wo war ich jetzt gerade suchen ja eine rita ist da oben genau genau dann muss ich jetzt jetzt muss ich dann den farf fachner anquatschen ich muss den potan anreden fotan fachner den fotan 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 fachner wo sind der fachner in apples ist der ja gut dann treffen uns rau reifer da musst du auch hinkommen ich muss da fachner anreden fachner fachner na ich mit ins appels ja fachner ich saß dir fachner genau warte mal du sagst mir bescheid wenn immer an deinen NPC stilst? Ja, ja. Fafner. Ich bin bei Photan. Photan. Fafner. Ich kenne zwar Botan, aber Photan? Ja, ja. So hieß mein Server. Fafner. Hä? Was ist denn? Ey, ich suche ja gerade den Pümmel. Äh, Lümmel. Fafner. Ich hab den Lümmel. Der Lümmel greift gar an Pümmel. Was? Oh, nee. Äh. Oh, nee. Oh, nee. Weiter Richtung. Rauch elf. Damals muss man das Laufen von hier. Laufen. Ja, ich muss jetzt schon wieder zu Narita. Narita. Margarita. Oh, jetzt bringe ich mich auch was. Was? Wie auch nicht. Margarita, ich geh. Bloody Mary. Bäh. Ähm. Äh, sowas sagt, äh... Was? Dass sowas sagt, schlägt kleine Kinder. Oder wie war das? Keine Ahnung. Ähm. Die, 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 die. Wo ist denn der? Geht's denn hier hin? Mohai. Natürlich nicht. Belus-Lang-Krise. Geht's da hin? Gott, der ist mitten, mitten in der Pampa ist der ja. Hauerlager. Äh. Was für ein Rohrlager. Hauerlager. Nicht Rohrlager. Hauerlager, hier ist nämlich da irgendwie, äh, da hier so der Transportstag nach oben und dann kannst du dann da und da. Naja. Ich warte mal hier auf dich, du musst ja eh herkommen. Ich muss jetzt sagen, Narita, so Narita, die Margarita. Sag, 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 sag mal, sag mal, Cocktails, was, what, what kind of, äh, Lieblings, äh, Cocktail, äh, Lieblings, äh, Favourite, Favourite Cocktail you are. Ähm. You have, you need, you want, whatever. But, whatever. A little bit. Boah, ich komm jetzt nur auf das Gesetz, ähm, Cocktail, was trinken. Ähm. Ich denke, ich stink gerne. Eigentlich einiges. So lange wie viel Alkohol drin ist. Das war mit dir. Warte, warte. Ich hab das Cocktailbuch nicht hier, das liegt noch bei Sonja. Ich trink gerne, ähm, wie ist das, Gin Tonic? Gin Tonic? Ja, 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 geht. Ah, so, das würde ich gerne, wann. Was gibt's noch? Oh, wie hieß denn der? Irisch-Eist-D? Okay, ja. Ähm. Also, 50-50-Mischung ist klar. Für den ganzen Stopp-Soffen. Der da drin ist. Ja, Long-Earish-Eist-Tea, den trinke ich eigentlich gerne, hab ich erst vor kurzem gehabt. Nach dem Ding war so ziemlich breit. Ja, macht so schnell happy, finde ich. Ich find das super. Ich find das super. Geht zur Traubneöhöhle und sprecht mit Fafna. Fafna. F-F-F-Faffa. Fafna Bist du? Ich stehe rau reif Rau reif Aber warum ist ein Fafna bitte Bakama Kaserne Aber warum ist der da hinten? Du stehst jetzt rau reif Ich stehe rau reif Reif rau Rau reif Die Sau ist reif Die Sau ist reif My kind of Cocktail Mein Wiener Collada finde ich ne so doll